Wohen? Der schießt, der schießt von euch einfach nur auf mich. Wer fährt hier? Nein, der hat auf dich geschossen, der hat nur auf den Typen geschossen. Aufs Fahrzeug. Ja, okay. Ähm, bleibt mal liegen, die Uhr. Ähm. Ja, Alter, was ist das denn? Irgendjemand ist da. Wer ist denn gegen mich erfahren? Mit habe ich nur getötet? Alfred Dieter wollte mich nur getötet. Ja, Samstag. Ja, Micha ist da. Micha ist da. Warte, liegst du noch da? Ich liege nur. Ähm. User left your channel. Ähm. Ich bin Samstagabend, wieder Troller. Ähm. Wer ist denn Matthias Weyer? Kennt den jemand? Ja. Der ist gegen mich erfahren. Ja, selber Pech. Entschuldigung, Pech. Das ist der, den ich Magazine kaufen sollte. Wo liegst du denn? Ich liege neben dem Strider. Warte, Alfred Dieter auch noch mal? Ja. Sag nicht meine Leichtes dies vor. Ja doch, der Michael sieht mich. Microsound müde. Herr Officer, Herr Officer, der ist auf der- der ist auf der falschen Fahrspar- äh, warte, 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 warte. Auto gewesen. Au, scheiße. Ja, wir werden hier so ein bisschen abschweren, oder? In welcher Gruppierung hören Sie denn? Dann haben Sie immer noch das Gefühl, ich bin der P-Tor. Moment. Ah, ah, sie hat sich gerade eingeschrieben. Ähm, ich habe Informationen erhalten, dass jemand aus Ihrer Gang erschossen wurde, oder getötet wurde. Ja, äh, das war eine Kupfermine. Ist es gewesen. Und, brauchen Sie da Hilfe? Ich, ich... Ich weiß nicht, ob der Sunny jetzt da hinfliegt? Hä? Äh, ist das denn alles extra gewesen, durch einen Überfall oder sowas? Ähm, ne, das waren ja solche Rabauken, die einfach, äh, wildlos irgendwie rumgeschossen haben. Okay, hat der, ähm, Bürgermeister sich schon drum gekümmert? Wie sind Sie da zufällig? Ich glaube, der Bürgermeister hat sich schon drum gekümmert. Ja, gut. Äh, wir werden erstmal kurz absperren. Äh, wir bitten Sie trotzdem noch einmal hier zu bleiben. Ja, okay. Äh, für weitere Nachfragen, okay? Ich sag einfach, dass wir auch dem Bürgermeister frei. Ja, beim Bürgermeister frei. Ja, äh, die, 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 die Polizisten haben auch gerade gefragt. Die machen jetzt gerade eine Absperrung hier. Wieser, wieser, wieser. Wieser, wieser. Habt ihr gerade durch diese kleinen Wichser viel verloren? Äh, ja, ich bin draufgegangen. Oder sonst. Ja, und der ein oder andere hat einen Mord wieder drauf. Ja, okay. Äh, sagt mir kurz wer. Also ich bin nicht als Cop drin, äh. Genau, schreibt mir das am besten gleich mal hier im Teamspeak. Ich lock mich eben um und kümmere mich da mal drum. Ihr erinnert mich euch natürlich runter, ist klar. Na, Alex, ich glaube, da gibt's sowieso noch großen Gesprächsbedarf. Hä? Warum? Ach, wieser. Wieser, was ist jetzt schon mehr gelaufen? Ja, die haben voll die Hasskappe auf uns. Genau. Ja, und vorher wurden wir kontrolliert, äh, im Cop wollte uns die Waffen abnehmen, und, äh, dann ist ihm schon was aufgefallen, dass wir eben darauf hingewiesen haben. Waren legale Waffen. Also sowas wie, ne, MXM und so. Wer war das? Äh, Jens Braun. Als wir ihn darauf hingewiesen haben, hat er einfach nur den Kopf geschüttelt. Eigentlich muss ich würden. Ihr meint Leonardo, ne, wahrscheinlich? Ja, er heißt als Cop Jens Braun. Wie ihr euch die Waffen abnehmen, mit welcher Begründung? Gab's dazu irgendwie eine Begründung, warum wir euch die, aber einfach nur, ja, illegale Waffen? Straßen? Und jetzt war eine Straßensperre? Ne, also so wie wir es im TS gehört haben, war es eine Straßensperre und die haben eigentlich noch die Waffen auf Fahrzeug rausgeholt. Ja. Weil, äh, Alex, ganz ehrlich gesagt, deshalb habe ich auch gar keinen Bock als Cop zu spielen, weil ich gehe in den Dienst für eine Stunde und höre die ganze Zeit nur UC, 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 UC. Ja, gut. Ich muss noch was dazu aber auch sagen, es war die letzte Zeit auch echt anstrengend mit manchen von uns. Äh, Alex. Hä? Alex, das kann nicht sein. Die letzten vier Tage haben, wir machen, wir fahren nur noch legal. Nein, ich meine die Zeit, bevor ihr jetzt die Leute rausgeschmissen habt. Deswegen habe ich extra betont, einige, nicht alle. Ja, klar. Bloß, wir haben alle das Gefühl, dass die Cops einfach keinen Bock mehr auf uns haben. Nein. Die suchen sich die Sachen raus, wo sie uns mit rausegeln zu sein können. Äh, das Ding war ja gerade eben auch hier im Knast. Ja. Das Ding kann man auch irgendwo erklären, ne. Ähm. 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 Das war RP-Din-mäßig, ne. Ist ja, ähm, Peter Poppi gestorben. Und plötzlich ist René Poppi, weiß ich, ähm, ich bin neu gespawnt, und plötzlich ist René Poppi der Angeklagte hoch 10, weiß ich, und wird in den Knast gesteckt. Ja. Ich habe da ja auch Rufnahme. Und ich versuche es, äh, RP-Din-Klechtes zu erklären. Äh, selbst der Anwalt versuche es zu erklären. Und, ähm, das ist von vornherein klar, dass ich für 50 Minuten in den Knast gehen. Ja, aber auch, dass hier, äh... Also... Okay, Moment, 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 Moment. Also, ihr habt erstmal... Sind ich jetzt egal, ihr habt... Wir haben auch noch. Genau, wunderbar. Wie würdest du mir gleich einmal bitte zukommen lassen? Dann kann ich das ganz ruhig werden. Äh, du müsstest ja noch hochladen. Ich bin ganz kurz zum RP. Ich muss dich fühlen. Ja, okay. Äh, ihr habt keine... Disco-Licht. Hilfe! Sie kommen was. Ah, Schwarz-Weiß ist besser. Oh, Gott. Oh, Gott. Wo ist denn das Handy? Oh, Gott. Oh, Gott. î... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.